Neue Meldungen, neue Nachrichten hier bei mir und zwar von der geistigen Welt. Es werden Wesen verseucht, verseucht durch Radioaktivität. Alle, die nicht damit umgehen können, uns zu akzeptieren, Außerirdische, Lässensstrahlen. Alles wird so, wie ich will. Gott hat mir gesagt, ich soll das so machen. Es ist Gott sein Auftrag, das zu schulen. Wir werden uns wohlfühlen, nicht mehr bekämpft, ohne Waffen. Das wird das Letzte sein, denn alle, die etwas dagegen haben, werden durch Radioaktivität vernichtet und sterben wie die Fliegen, fallen um uns im Tod. Gut. Vielen Dank.